hallo zusammen und ein herzliches willkommen zurück ja wir konnten uns ja noch nicht so ganz entscheiden weil da hinten so ein großer steht da flitzt noch so ein kleiner rum ich würde aber einfach mal sagen die nacht rückt immer näher wir gehen jetzt einfach mal ganz vorsichtig noch hier durch den wald und versuchen mal da oben hinzukommen zu gucken ob da noch irgendwas jetzt wird auch noch etwas nebelig ich weiß nicht aber so dies dies farmspiel und sowas das gefällt mir echt das hat war es das ist so irgendwo da ist auf jeden fall auch war es unten flitzt der lang ich weiß auch nicht ob da so wirklich was zum unterstellen ist und so und und Irgendwo ist da was, oder einer. Das sind solche komischen kleinen Dinger. Ich hoffe ja nicht, dass das... ...zu laut ist, und der komische große Dack... ...gleich anflitzen kommt. Scheiße, warte nach! Aua! Osa, da! Osa, irgendwo ist noch einer am Baller an. Oh-oh. Schnell runter. Ich glaube, das ist der Große, der uns jetzt hier belauscht und beobachtet, ne? Ja, da ist er. Oh, fuck, der kommt. Schnell ein Stück zurück. Hau da wieder ab. Ich sehe ihn im Moment nicht. Wo ist er? Da läuft er. Läuft wieder weg. Also, auf der anderen Seite leuchtet auf jeden Fall noch Licht. Da, die Stadt da unten. Da brennt noch Licht. So, komm, alles mitnehmen. Ah, noch ein schönes Jagdgewehr. Nehmen wir jetzt mal mit, würde ich sagen. So, steck ein hier. So, ich glaube, viel mehr ist hier dann aber auch nicht mehr, oder? Kann man hier noch in den LKW hinten reingucken, vielleicht. Da war ein Polizeiauto. Ups. Was ist denn das denn? Militärhelm. Weil er bringt zwar nichts, aber er sieht schon ein bisschen heftiger aus, ne? Nähern wir uns so langsam hier richtigen Krieger. Ja. 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 Da hinten wandert der große Vogel. Hm. Gut, ich glaube, das war's hier. Oh, ich glaube, ich glaube, es wird schon langsam wieder hell. Können wir hier noch einmal schnell ein bisschen höher gucken, ne? So. Ja, ist die Frage. Mit dem großen Anliegen oder nicht? Ja, ich würde sagen, wir umgehen den erst mal. Ja. Ich würde mal nachladen, hier die eine Patrone. Sowieso können wir eben einmal durchgucken. Was haben wir munitionstechnisch noch? Da hätten wir noch welche von Holzspitzpatronen. Richten vier Schaden an Schwachpunkten von Maschinen aus. Und die, Vollmantelpatronen, starkes Orang, ist schon ein guter Panzer, Durchschlagskraft. Dann erst was, dann packen wir die jetzt mal da rein. Standard Vollmantel Munition für 9 Millimeter. Okay, die macht ein bisschen mehr. Notfall-Signal-Fackeln und nochmal ein C-Fanon. So, die Medipacks da eben mit drauf. Äh, ja. Ich würde sagen, wir versuchen hier jetzt mal uns so ein bisschen dran vorbeizuschleichen. Hier hat jetzt sehen wir keine Lust dagegen großen. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ob wir da gute Chancen hätten. Oh, wie es aussieht, ging ihn. Ich weiß nur, da auf der anderen Seite, da brennt noch definitiv Licht. Also wird es da noch Städte geben. Hier so. Österreich. Wird noch wahrscheinlich bewohnt und belebt sein. Da müssen wir da hinkommen. Also wird es da. Kann ich hier hoch? Schade, ne. So, im ersten Moment sieht es ganz ruhig aus. Hm, zerstöre die Maschinen. Vier. Also werden da wohl doch welche sein. Vielleicht haben wir von da eine bessere Sicht. Okay, vier. Das müssten die vier sein, wa? Scheinen sie auch alle relativ schnell zu bewegen. Also scheinen das eher solche kleineren zu sein. Ich seh nur kein. Da, doch, ja, sind die kleineren. So, eine ist weg. Ah, verdammt, Mann. Boah, warum bleibt mir auch einmal stehen? Ey, falsche Richtung. Okay, ich soll den Eimer schnell hier... Boah, nein. Auch die noch leer. Aua. Der Kampf war nicht ganz so erfolgreich bisher. Okay. Schnell, hau den Midi packbar einen. Noch eins. Aua. So, ein, einer noch. So, komm, geht's schnell. Okay. So, komm, geht's schnell. Schnell, hier sind wir mal ganz schnell wieder... Ups, den Dalen. So, hatte ich die hier alle durchgesucht. Ihn hatte ich... So, eliminiert. So, eliminiert. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen anderen Leichen jetzt abgeblieben sind. Eine müsste da noch auf dem Bauernhof liegen. Okay, die komische Drohne. Schrott. So, hier ist der eine, der Schrott ist. Okay. Okay, hier ist nichts. Okay, ich würde sagen, wir checken erstmal hier außen alles so weit ab. Oh, da sind noch wieder irgendwo welche. Frage ist nur, wo. Da drinne oder dahinter? Das ist die Frage, ne? Oh, gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ja, auch nix. So, ich würde sagen, gehen wir doch im Eimer hier jetzt rein. Komm, die machen wir vorsichtig aber dicht. So, mal schauen. Was wir hier noch so feines finden. Radio, das ist schon mal gut. Können wir nämlich nochmal eine Falle aufbauen, ne? Haben wir da? Feuerwerkskörper. Irgendwas menschlich. Siehste? Trautes Heim, Glück allein. Scheint nochmal jemand gelesen zu haben. Scheiße, ich seh auch von hier oben nichts, ne? Dass man irgendwas sieht, wer oder was da unten noch sein könnte. Also, hier scheint auf jeden Fall keiner drinne zu sein. Gehen wir mal rüber zu dem Haus. So, schnell rein hier. Junge, mach die Tür zu, ey. So. Tisch sieht schick aus. Na weit sind sie ja nicht gekommen mit ihrer Schachrunde. Haben wir da? Ah, die erste Hilfe. Päckchen, da ist immer gut. Leute, macht doch mal die Fernseher aus, wenn ihr kein Fernseher mehr guckt. Pure Stromverschwendung. Ach so. Okay, damit kannst du die Lämpchen an und ausmachen. Ah, wieder ein bisschen Munition. Wir waren alle einmal Kinder. Da haben sie wohl recht. Was gibt's da? Köttbullar in Soße? So, ist durchgeladen. Lade mal durch hier. Gut. Und hier haben wir nichts mehr. Waren wir hier drinne? Ja, ne? Ne, hier waren wir nicht drinne. Das war die andere Garage, wo wir drinne waren. Ich seh nichts. Wo soll der oder die sein? Ist der echt da drinne? Gut. Pink左, ne? Nio. Nio. so den haben wir auf jeden fall ausgeschaltet in dieser garage waren wir drin ja da waren wir drin jetzt sehen wir was schönes im trecker guck mal da hat noch jemand was versteckt nächste hilfeset das kann man immer gut gebrauchen können hier eigentlich mal ganz schnell kurz fokuspunkt setzen wir mal ein bisschen weiter hinten dahin so belichtung ein bisschen erhöhen so ist gut effekte filter brauchen wir nicht so einmal schönes foto gemacht ach guck mal hier gibt es wieder so eine station siehst du kannst ja wieder ein fahrrad spawn da ist noch nix weiter ja schlau gleich hütte da da gehen wir gleich mal rein da können wir auch nach oben gehen obwohl die tür sowieso schon da offen steht ne unterschlupf freigeschaltet cool feuerwerkskörper ok ein bisschen munition sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön muni ist immer gut davon kann ich jede menge gebrauchen das hilfeset sowieso bei tiere sind schon alle ausgeflogen war ich glaube hier kann die taschenlampe hauen erstmal wieder aus ne ich glaube hier sieht man genug so und da geht es wieder nach draußen hier geht es noch nach oben hier war auch hier ein paar jemand ist da eine zeitung eine zeitung vom freitag den 10 november 1989 die überschrift auf der titelseite lautet die berliner mauers gefallen ok ok boah hier das haben sie extra für mich hier hingelegt oh hier da müssen wir gleich gucken t shirt ist zwar lila aber ah kannst du immer so ein bisschen verteidigen ne von hier oben ist mal wieder dicht hier so was haben wir hier ach das ist ja schön da können wir zack pack was habe ich ihn gemacht die wollte ich doch gar nicht haben den wollte ich haben so noch ein radio eben da mit rein zwei habe ich eh dabei die können wir auch mal hier lassen das visier auch so da haben wir wenigstens schon mal wieder ein paar sachen weg und sonst hier geht es nur nach unten ne machen wir dicht damit sie hier nicht so schnell hochkommen gut dann schauen wir jetzt hier nebenan nochmal schnell rein so sind da noch mehr ja irgendwie ist da noch einer ich glaube das wäre so ein komisches ding abscannteil wo ist denn der ist der hier hinter nachladen woa noch einer medipack 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 noch eins los mal kurz ein strategischer zurückzug der rückzug hier da war ein türenweg mein freund da war ein türenweg mein freund so einer ist hier noch irgendwo wo da ist noch einer da muss noch irgendwas zu liegen rumliegen Ich höre hier irgendwo ein. Irgendwo ist sie noch wahr. Wo war's das jetzt? Nee, das ist irgendwo noch was. So, hier, mach mal dicht hier jetzt mal. Okay, damit man hier jetzt mal ganz in Ruhe wieder sich ein bisschen sortieren kann. Mann, 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 Mann doch. Ja, richtig Action hier. Mein Visier. Hm, stilles Örtchen. Sonst ist hier aber nix mehr, ne? Oben ist soweit auch nichts. Nee. Ja gut, dann können wir hier jetzt mal wieder... Achso, also nur so eine Plane. Hier jetzt mal wieder raus. So, mal gucken. Er zeigt uns da noch was an. Da waren wir aber noch drin, oder? Gucken, haben wir hier noch was? Ne. Da liegt doch... Doch, da liegt noch was. Ah, noch hier mein Pullio, oder so. So, komm mal hier, lass uns hier mal wieder reingehen. Mach mal zu hier die Tür. Gut. Muss so vor, hm? Muss so vor, hm? Mach Johnny at the church and see if he can give you a ride. He knows that dad can't really drive anymore. Okay, ich muss gehen. Okay. Okay. Es scheint, dass die meisten Leute in Richtung eines Dorfes namens Saltham aufgebrochen sind, in dem sich angeblich ein Luftschutzbunker befindet. Vielleicht sind da ja alle abgeblieben. Okay. Da wissen wir jetzt auf jeden Fall wohin. Finde und der reiche Saltham. Ihr Lieben, ich würde sagen, in diesem Sinne, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Bye.